einen wunderschönen guten morgen nach deutschland und in die ganze große schöne weite welt heute ist der erste april 2022 andreas jetzt neben mir im schwimmanzug der möchte jetzt gleich ins wasser gehen und ein bisschen tauchen weil wir sehr warme temperaturen über nacht bekommen haben und damit ist unser april scherz durch alles weitere fällt nicht mehr unter scherz guten morgen lieber andreas guten morgen liebe eva ja also gehen wir wieder jetzt aus unserem strandkorb zurück in die realität wir haben einen nebeligen tag heute wir haben ungefähr vier grad plus es ist aber trotzdem schon relativ warm immer wieder und heute wird es nur ein durchwachsenes wetter werden also nicht wirklich etwas gewaltiges zwischendurch werden die sonne haben dann wieder ein bisschen regen nichts doll ist und der see changiert vermutlich aber ich kann ihn nicht sehen weil doch der frühnebel noch zu hoch ist und wir da nicht durchgucken können es ist der silbersee und deswegen wird er silbrig changieren oder ja er changiert mit sicherheit silber aber ob der silber oder ein hellblau oder ein grün das kann ich nicht sagen es ist immer noch der nebel davon aber er heißt doch silbersee das ist sonst hieß er ja grünersee genau das meine ich doch andreas wir fangen wir haben heute ein ziemlich hartes programm das muss man einfach sagen denn wir wollen heute hinein leuchten in die pläne der sogenannten eliten die wir lieber neeliten nennen wollen und das ist nicht angenehm das ist auch nicht schön aber wir wollen mal gleich vorweg schicken es wird und muss nicht so kommen wie sie sich das wünschen und vorstellen da gibt es auch ansatzpunkte erkenntnisse darüber und es gibt die prophezeiungen die sagen zu diesen gefahren der letzten tage der wenigen willen werden diese dunklen tage verkürzt werden auch davon sind wir fest überzeugt wenn wir jetzt gleich einsteigen in diese relativ dunklen machenschaften die offenbar schon lange laufen und die gar nichts mehr mit einer verschwörungstheorie zu tun haben denn die pläne liegen offen und wie offen sie liegen das werden wir heute behandeln vorher möchte ich noch mit einer aktuellen meldung eröffnen hier die deutschen wirtschaftsnachrichten schreiben bundesminister gönnen sich gehaltserhöhungen und stimmen bevölkerung auf wohlstandsverlust ein ja das heißt die gehälter der regierungsmitglieder werden ab heute dem ersten april 2022 wieder mal erhöht und natürlich wenn sich viele menschen ärgern darüber denn die anderen schlagzeilen die man so sieht die lauten dass all die und die großen lebensmittelketten und supermarkt anbieter zum zweiten mal jetzt innerhalb von sehr kurzer zeit die preise dramatisch erhöht haben manches bis zu 50 60 prozent verteuert was auch grundnahrungsmittel angeht wie mehl oder wie öl und so weiter das heißt für den durchschnittsverbraucher ist kein schönes wort aber wir nennen es jetzt mal wird es enger und enger während die herrschaften in berlin ein feudales leben führen du sagst gerade der durchschnittsverbraucher das wort hat ja schon so eine etwas destruktive schwingung aber der verbraucherindex war einer der am wichtigsten eingeordneten indices überhaupt nämlich wenn die leute verbraucht haben dann gab es immer umsatz man hat uns im rahmen der konservativen revolution der geldumverteilungsmechanismen der letzten jahrzehnte immer wieder gesagt wir müssen verbrauchen wir brauchen obsoleszenzen dass möglichst schnell alles kaputt geht damit die menschen möglichst schnell alles wieder neu kaufen dass wir möglichst ganz viel müll haben denn auch die müllverarbeitende industrie ist ein wirtschaftsfaktor der auch das bruttoinlandsprodukt darstellt und optimiert und genau dieselben leute sind heute übrigens noch an der macht die sagen uns das war alles falsch und das volk hat versagt weil sie nämlich diesen narrativen hinterher gelaufen sind jetzt werden die narrative genau ins gegenteil verkehrt und man sagt jetzt die menschen haben alles falsch gemacht und die eigentlichen brandstifter die das ganze verursacht hatten in der letzten jahr in den letzten jahrzehnten treten jetzt als feuerlöscher auf die finden wir eben halt in dem wef und so weiter ich muss das noch mal wiederholen als einstieg weil das ist wichtig dass wir diese grundstrukturen nicht außer acht verlieren weil wir ja so viele tagesaktuelle nachrichten haben dass wir die architektur des systems oft dann mehr oder weniger auch dann verdrängen und irgendwo in eine unsicherheit kommen und schlieren oder schleudern also noch mal zur meldung zurück frau merkel und ihre minister hatten noch auf eine lohnerhöhung verzichtet jetzt die ampel koalition nicht also die lassen sich ihre besoldungen und bezuschussungen noch bezuschüsse bezuschussungen ist schon richtig ja wenn man hier ein paar stunden das ganze sich angeguckt hat dann wird man leicht ein bisschen irre im kopf manchmal machen wir das sogar beide aber eher ich also und andreas aber wie deutest du das ich meine was ist das für ein signal an die menschen im land denen man ja mehr oder weniger zugesagt hat dass man zu ihrem wohl in anführung regieren werden wenn zum beispiel olav scholz jetzt 345 euro pro monat obendrauf bekommt also vielleicht mal auch zur einordnung das monatsgehalt des kanzlers liegt bei knapp 30.000 euro brutto und superminister wie robert habeck oder finanzminister christian lindner die bekommen 275 euro zusätzlich die frage ist ja nutzt es diesen leuten etwas wahrscheinlich bei diesen summen die sie sowieso bekommen eher ist es eine marginale aber ich frage dich jetzt das signal ist so etwas vorsatz sollen die menschen im land geärgert werden oder ist das völlige planlosigkeit und man achtet darauf nicht naja es ist natürlich eine entkoppelung vom volk denn in dieser abgekoppelten welt dieses dieses politischen geschehens da ist das einzige was stört das volk offenbar und das ist natürlich eine symbolik die ein schlag ins gesicht bedeutet jetzt möchte ich allerdings ganz klar auch dazu sagen es geht auf gar keinen fall darum jetzt in diesen situation eine spaltung reinzubringen eine neiddebatte reinzubringen denn wären die leute es wert hätte ich gar kein problem dass der herr scholz 30.000 euro im monat verdient oder von mir aus auch eine million im monat das sind ja alles noch sehr kleine tropfen wenn ich sehe dass ein milliardär im prinzip 130.000 euro pro tag alleine an zinsen einfährt da sind das ja alles kleine brotkrumen und für diese brotkrumen arbeiten natürlich keine sachverständigen menschen mit einer hohen kompetenz die im management ein vielfaches verdienen können sondern das sind natürlich dann spezielle menschen für die ein solches gehalt aufgrund ihres intellekt ihrer fähigkeiten niemals erzielbar wäre und dafür sind 30.000 euro zu hoch wahrscheinlich sogar 3000 wären noch zu hoch denn das ist das entscheidende was dahinter steht eins ist auf jeden fall so die menschen glauben ja offenbar dass in der politik sich eine elite befindet sieht bezeichnen sich ja sogar selbst dass die eliten nicht das problem sind sondern das volk also so hatte sogar unser ehemaliger bundespräsident gauk sogar mal irgendwann gesagt es ist also eine abkopplung eine diffamierung eine wirklich nicht ernst nehmung des volkes oder der völker der menschen die in einem staat leben also es ist natürlich schon eine symbolik die furchtbar ist also ich möchte mal ein paar zitate bringen hier die die herrschaften aus berlin in den letzten tagen und wochen den bürgern um die ohren gehauen haben zum beispiel hat robert habeck die bundesbürger auf wörtlich harte zeiten eingestimmt und einen großen wohlstandsverlust vorausgesagt man kann in diesem zusammenhang wieder einmal erinnern an sein zitat vor wenigen monaten ich glaube es war anfang des jahres als er sagte das antlitz des landes wird sich verändern und auch der parlamentarische staatssekretär im bundesministerium für wirtschaft und klimaschutz oliver krischer sagte dass der krieg in der ukraine das land den wohlstand also unser land den wohlstand kosten werde wir werden im zuge dieser krise über verbrauchsreduzierung reden müssen und minister habeck hat es ja sehr deutlich gemacht sagt krischer das ist jetzt der zeitpunkt wo wir als staat etwas tun müssen wo wir anreize setzen müssen bei der gebäudesanierung in der industrie damit der gasverbrauch reduziert wird damit insgesamt energieverbrauch reduziert wird es ist natürlich auch so sagt er dass jeder und jede einzelne etwas tun kann dass man jetzt energieverbrauch reduzieren kann und finanzminister lindner hat kürzlich gesagt wenn unser land insgesamt mehr zahlen muss für rohstoff importe zum beispiel öl dann werden wir als land insgesamt ärmer das kann der staat eine zeit abfedern wir können das sozial ausbalancieren was immer damit gemeint sein soll aber einen volkswirtschaftlichen wohlstandsverlust durch inflation insgesamt kann der staat selbst der deutsche staat nicht auf dauer ausgleichen der staat kann es nicht auffangen es wird einen volkswirtschaftlichen wohlstandsverlust geben man kann das übersetzen sagt lindner dass wir alle ärmer werden genau das ist der eigentliche punkt das ist eine armutsprognose des mittelstandes in deutschland und diese irrsinnigen widerwitzigen paradoxien die heraus gebraucht rausgehauen werden wenn man sagt dass es den menschen in dem land schlechter geht der staat kann es eine zeit noch richten ja wer ist denn der staat besteht der staat nicht aus den menschen ich dachte immer der staat sind wir alle so wird es doch gern dargestellt und wenn wir alle dann an bestimmten stellen mal wieder zusammenrücken müssen um jetzt eben diese armutsprognose die man lediglich mit wohlstandsverlust drohend bezeichnet daran merkt man wirklich für wie dumm man die menschen hält auf politischer ebene das ärgert mich wirklich dass hier das volk muss man dazu sagen dass er habe hier ein volksleugner ist er sagt es gibt kein volk also auch die menschen in einem land dass sie dermaßen diffamiert werden von oben herab als ob sie zu dumm sind das alles nicht verstehen zu können und irgendwie hat man das gefühl so ganz falsch liegt er damit vielleicht noch nicht einmal was mich wundert bei der ganzen geschichte ist dass die menschen nicht in großen teilen wach werden jetzt sehe ich im moment dass ganz viele leute riesig sauer sind die werden dann eingefangen von irgendwelchen rtl reportern die sagen ja das ist eine riesen schweinerei dass der spritz so teuer geworden ist jetzt wo der das benzin so teuer wird jetzt gehen sie plötzlich auf die barrikaden aber nicht weil sie die zusammenhänge verstehen wollen nicht weil sie etwas verändern wollen sondern weil sie selbst betroffen sind und dieser egoismus auch im volk der zeigt eindeutig wie verkommen so die gesamte menschheit ist durch diese vollkasko mentalität die man durch die politischen strukturen mehr oder weniger installiert hat und man auf eine trägestumpfe masse fällt aber in unseren kreisen wir sind ja nur 200 und was weiß ich über 200.000 abonnenten und diese kleine gruppe hier und da freuen wir uns natürlich drüber sind natürlich im verhältnis zu den vielen über 100 millionen menschen im deutschsprachigen europa natürlich sehr wenig aber es ist auch sehr gut dass es uns gibt und wir an dieser stelle uns auch gegenseitig die kraft geben dass wir uns immer wieder mit diesen dingen auseinandersetzen auch vor allem auch auf der geistigen ebene es war ja immer so andreas wenn es widersprüche zu wissenschaftlichen erkenntnissen in dieser welt gegeben hat durchaus auch in den letzten jahrhunderten dann bis das dann sich als wahrheit durchgesetzt hatte was ebenfalls oftmals hunderte jahre gedauert hatte war es immer nur eine kleine gruppe von menschen die sich dann natürlich auch allen möglichen vorwürfen ausgesetzt sah wie von wegen ketzer oder verschwörungstheoretiker diesen begriff verschwörungstheoretiker gibt es ja oder verschwörung den gibt es ja schon im alten testament bei jesaja 8 und vielleicht ist es auch ganz wichtig dass man das immer wieder holt dort steht wenn es um diese letzten dunklen tage der alten zeit geht bevor es in diesen neuen zyklus übergeht und das passiert nicht von selber sondern da müssen wir alle mit arbeiten das machen wir ja auch im abend gebet immer da steht sinngemäß drin dass es eine dunkle zeit wird und ihr sollt in dieser zeit nicht alles verschwörung nennen was die anderen verschwörung nennen und sinngemäß heißt es ungefähr weiter und ihr sollt vor den anderen die das verschwörung nennen auch keine angst haben ja und genau das haben wir momentan wir gelten als verschwörungstheoretiker obwohl wir nur die verschwörungstheorien argumentieren und kommunizieren die wir im system erkennen denn jeder verschwörungspraxis geht eine verschwörungstheorie voraus und wenn wir uns jetzt beispielsweise mit den letzten jahrzehnten der nehmen wir mal an wef treffen immer wieder auseinandersetzen oder der weh oder andere ngos beispielsweise der in der weltbank oder auch des iwf dann erkennen wir daraus wie eine theorie eine verschwörungstheorie sich immer mehr eine in eine verschwörungspraxis umwandelt das problem ist dass die menschen sich nicht vorstellen können dass man so viele verschiedene ebenen das ist ja dass der hintergrund einer hybriden kriegsführung dass die menschen diesen zopf nicht mehr zusammenflechten können weil einfach zu viele spieler im ganzen sind aus diesem grunde braucht man die adler perspektive die können wir hier in kanada außerordentlich gut auch immer wieder an beispielen sehen wenn die adler hier über unser land kreisen dass man dann erkennt in welche richtung treibt denn das ganze system und daraus kann man dann schon sehr deutlich ableiten deshalb ist es gar nicht so ganz wichtig wie die einzelnen personen oder die einzelnen ngos heißen die dahinter stehen sondern dass man einfach erkennt wie wichtig die eigenverantwortlichkeit für sich selbst ist dass man sich nicht in diesen sog reinziehen lässt und mit argumenten wie beispielsweise wir müssen den tierschutz jetzt fördern wir können diese tier qualen nicht mehr ertragen und wir müssen etwas dagegen tun was ja richtig ist wir müssen die umwelt schonen was man dann allerdings hinter einem klimawandel der umstritten ist mehr oder weniger versteckt all diese dinge dass man sich da nicht rein ziehen lässt sondern seine eigenen gedanken sich dazu danke ja ich habe gerade noch mal um es jetzt richtig zu machen euch das originalzitat herausgesucht von jesaja 8 vers 12 ihr sollt nicht alles verschwörung nennen was dieses volk verschwörung nennt und fürchtet nicht ihre furcht und erschreckt nicht davor und ich finde das sind wirklich kraftgebende worte ihr könnt das selber euch raussuchen jesaja im alten testament ist sowieso sehr geeignet um diese zeit hier besser zu verstehen und auch besser durchzustehen also da heißt es ja auch unter anderem rüstet euch und erschreckt rüstet euch und erschreckt das heißt man fällt von einer ohnmacht in die andere angesichts dieser nachrichtenlage die sich jetzt immer weiter und schneller auftürmt und an grässlichkeiten zuweilen kaum noch zu überbieten ist aber im gott vertrauen bleiben strammen schrittes weitergehen versuchen wie du es gerade gesagt hast andrea so ein bisschen einen weitblickwinkel zu öffnen damit man mehr zusammenhänge da hinein bekommt vor allem die geistigen zusammenhänge dazu nehmen es muss so kommen jetzt damit das alte und falsche zusammenbrechen kann und wir können uns erinnern ein zwei jahre ist das ja immer wieder haben wir über die grausamkeiten gesprochen die im zuge der pandemie auf die menschen losgelassen wurde oder wurden isolation und bedrohungen wenn ihr das und das nicht macht dann bekommt ihr strafen und wenn ihr euch nicht impfen lasst jetzt ist die impfpflicht offenbar zunächst vom tisch heißt aber auch noch nichts in wirklichkeit darüber können wir gleich auch noch kurz reden und jedes mal kommt man gerät man in eine schockstarre und versucht sich wieder zu erholen indem man raus geht indem man bei der natur ist und einfach auf die erde zurückkommen und sich gleichzeitig mit oben verbindet andreas vielleicht noch ein wort zu dieser impflicht geschichte man jubiliert jetzt und sagt also jetzt wird erstmal darüber diskutiert ob es eine impflicht ab 50 geben soll weil im bundestag einfach diese impflicht nicht durchzusetzen ist viele freuen sich muss man auch auf der einen seite aber naja ich denke mal ganz einfach dass man vor allem auf eines setzt das ist die WHO die ja mit der johns hopkins universität zusammenarbeitet und dass man da sich ranhängen wird als staaten es sind ja ich glaube 196 staaten von 200 staaten die sich bereit erklärt haben sich der WHO regelrecht zu unterwerfen und diese WHO ist eine lobbyorganisation der pharmaindustrie die wiederum gespeist werden von den vielen entsprechenden stiftungen wie billen melinda gates und so weiter das heißt es ist ja immer derselbe sumpf sumpf möchte ich ruhig sagen derselbe sumpf um den sich alles dreht und die organisieren letztlich die aussagen und wenn alle staaten sich ranhängen und sagen wir warten darauf was wir was die WHO sagt und daran halten wir uns das ist dann für uns rechtsverbindlich dann können die natürlich jetzt ganz elegant diese impfpflicht mal eben weg biegen selbst die ab 50 können sie noch weg biegen das problem ist keinesfalls vom tisch denn wenn es dann heißt im oktober zum beispiel jetzt kommt die impfpflicht und die ist von der WHO ausgerufen dann bedeutet das dass die staaten sagen so jetzt ist sie da ja und dann genau also und diese staaten verbünde um die geht es heute auch in unserer sendung denn es gibt ja darauf kommen wir gleich dieses world government summit das gerade getakt hat in abu dhabi in dubai wo also die großen welt leaders inklusive da im besten freund klaus schwab zusammen getroffen sind um ihre prognosen und pläne zu veröffentlichen im einzelnen wie gesagt kommen wir darauf gleich ich möchte mal hier erst mal auf einen kommentar jetzt zu sprechen kommen von christina schröder die ja familienministerin gewesen ist und zwar von 2009 bis 2013 bis sie dann da raus gegangen ist weil sie kinder bekommen hatte und da muss ich wirklich sagen hut ab sie hat jetzt drei töchter und hat sich aus diesen verantwortungsvollen politischen ämtern zurückgezogen sie ist heute unternehmensberaterin und gehört auch der denkfabrik für neue bürgerliche politik an die heißt republik 21 sie gilt als liberal konservativ viele kennen sie natürlich noch die jüngeren vielleicht nicht mehr und die hat einen bemerkenswerten kommentar geschrieben in der welt der uns eigentlich durchaus ein blick in das gibt was geplant ist was bevorsteht was nämlich die nächste stufe nach der sogenannten pandemie ist und das ist die klimakrise und was schreibt christina schröder die nimmt gar kein blatt vor den mund sie ist auch kritisch mit diesem thema und sagt also folgendes überschrift einschränkungen unserer freiheit fragezeichen die pandemie war erst der anfang und ich habe es ein bisschen gekürzt sie schreibt also der corona ausnahme zustand endet doch politische langzeitschäden bleiben freiheits einschränkungen und die ächtung von zweiflern sind nun eingeübt und können stets reaktiviert werden unter dem jubel der mehrheit und sogar der gerichte und der erste lackmus test ist ihrer ansicht nach der klimaschutz und sie sagt also pandemie vorbei war es das nein im vergleich mit dem was in den nächsten jahrzehnten kommt wird uns die pandemie im rückblick vielleicht wie ein kinder fasching erscheinen aber vermutlich auch als der beginn eines radikalen neuen verständnisses unserer grundrechte und weiter sagt sie wir menschen haben jetzt im zuge der pandemie gelernt und zwar fast widerspruchslos andere menschen alleine sterben zu lassen ungeimpfte wurden radikal monatelang von der gesellschaft ausgeschlossen und beschimpft und ihr seid raus aus dem gesellschaftlichen leben sagt sie das war so die botschaft und das wird nachhallen das heißt wir sind damit verändert worden das ist so ihre ihr credo und sie sagt die maßnahmen die fundamental grundrechte einschränken und vielleicht sogar die würde des menschen antasten die verweigerung von abwägung dass man gar nicht mehr diskutiert ist es richtig oder falsch der ausschluss und die ächtung von zweiflern diese instrumente liegen jetzt auf dem tisch und in diesem punkt droht jetzt ein long covid und zwar gesellschaftlicher und politischer art zumal umfragen eine stabile zustimmung bei rund 70 prozent der deutschen ergaben und sie sagt auch das bundesverfassungsgericht bereitwillig seinen umfassenden segen gab andreas sie macht also eine bestandsaufnahme dass in den letzten zwei jahren mehr oder weniger fast eine art vorbereitung stattgefunden hat um das um was es jetzt geht nämlich eine neue weltordnung durchzusetzen na ja sie beschreibt das ganze im rahmen ihrer möglichkeiten mit der maximalen kritik die man heute überhaupt noch anwenden kann denn man darf nicht vergessen sie ist auch ein spielball in dem system sie bezieht übrigens auch ihre ministerrente aus der bundesrepublik deutschland also insofern muss sie da vorsichtig sein denn man könnte jetzt davon ausgehen im rahmen dieser demokratiestrukturen dass man irgendwann auch so etwas mal wer nicht mehr mitspielt dann irgendwann mal runterfährt und dann eben halt die pension in gefahr kommt so wie man ja jetzt darüber diskutiert wie es sein kann dass die bundesrepublik deutschland herrn namensvetter schröder gerhard schröder so eine hohe pension als bundeskanzler zu bezahlen obwohl er ja mit putin in irgendeiner form ein body war das heißt also die rechtsstaatlichkeit hat hier natürlich eine sehr große gefahr erlangt und die demokratie ist ja regelrecht abgeschafft worden es redet auch gar keiner mehr über demokratie und was sie hier beschreibt ist die totale kontrolle die bedroht die menschen die totale kontrolle und die herden geschichte die hier mit den menschen gemacht wird man degradiert die menschen tatsächlich ganz offen zu einer schafherde die jetzt von dem farmer dann gesteuert werden sollen und das finde ich schon beeindruckend denn sie traut sich da etwas zu sagen bleibt aber trotzdem irgendwie so in dem spagat mit dem mainstream in ihren ausdrucksweisen anders kann man das ja auch gar nicht machen also ich verstehe ihren kommentar durchaus als warnung und sie bezieht sich auch auf einen artikel von jan grossart auch bei welt online der eben die dinge auch auf den punkt gebracht hat dazu komme ich jetzt gleich sie sagt wenn zwei bedingungen eintreffen dann wird es hässlich werden wenn es erstens keine durchbruch technologie geben wird die uns ermöglicht künftig co2 umfassend zu vermeiden zu verwerten oder unschädlich zu machen das ist ja schon eine sache da könnte man jetzt eine ganze stunde drüber diskutieren aber das lassen wir mal am weg liegen und sie sagt aber wenn deutschland zweitens am dogma festhält seinen anteil an der weltweit notwendigen co2 reduktion weitgehend im eigenen land zu erbringen und damit bewusst darauf verzichtet für die eingesetzten ressourcen die größtmögliche co2 reduktion zu erreichen wenn beides eintrifft dann hieße das kulturrevolution und dann zitiert sie jan grossart der hatte nämlich folgendes geschrieben wer jetzt von freiheit spricht wie zuvor könnte nach dem urteil geradezu als verfassungsfern erscheinen die neue klimabewegung sagt in mehr oder minder scharfer form dass viele lebensbereiche die heute noch mehrheitlich als privat begriffen werden im lichte der wissenschaft politisch gedeckelt gehörten reisen heizen essen kohlenstoffintensive lebensstile mit anderen worten und die ganze industrie drumherum die freiheit nicht nur der mobilität sondern auch des eigentums der berufswahl der kreativen kreativen forschung steht zur debatte pardon steht vor einer umwelt ethischen neudefinition und christina schröder fasst das so zusammen die sagt spricht über das bahnbrechend gefeierte urteil zum klimaschutz wo das bundesverfassungsgericht also die argumentationen für diese veränderung vorbereitet hat das schlüsselwort lautet co2 relevanter freiheitsgebrauch dieser so die karlsruher richter bedeute eine wörtlich unumkehrbar angelegte rechtliche gefährdung künftiger freiheit weil sich mit jeder co2 emissionsmenge die heute zugelassen wird die verbleibenden emissionsmöglichkeiten verringern und deshalb sei es sogar verfassungsrechtlich geboten jenen co2 relevanten freiheitsgebrauch immer stärkeren restriktionen zu unterwerfen und sie sagt wahrscheinlich wird es in den kommenden jahren erst einmal eine breite diskussion geben ich glaube übrigens nicht dass es jahre dauert das wird wahrscheinlich schneller gehen das sehe ich etwas anders und sie sagt jenen co2 relevanten freiheitsgebrauch zu verdeutlichen dann könnten sich deutlich weniger menschen leisten zu fliegen auto zu fahren fleisch zu essen oder in einem einfamilienhaus zu leben unter dem reinen gesichtspunkt der co2 reduktion wäre das natürlich ein gewinn ja und das ist schon unglaublich wie das mittlerweile ganz offen ausgesprochen wird was wir ja nun auch schon seit ein paar jahren hier in unserem podcast hier erzählen es ist ja schon mindestens ein paar und ein bisschen und was man uns allerdings gedankt hat indem man uns dann von seiten des mainstreams ein aluhut aufgesetzt hat hat gesagt alles verschwörungstheorie genau wie eine impfpflicht die wir damals genannt hatten oder auch viele andere genannt hatten das war auch alles eine drohende verschwörungstheorie und man hat sich davor gewarnt und hat gesagt niemals wird es so etwas kommen das sind eben halt mehr oder weniger die hirngespinste von irgendwelchen von irgendwelchen leuten die jetzt das system mehr oder weniger destabilisieren wollen und so geht es eben nicht ja und jetzt stehen wir davor dass im mainstream diese ganzen dinge auch angekommen sind und man kann einfach immer nur sagen es ist schon erschreckend und auch unglaublich wie diese dinge nach oben gehen und was wir damit merken ist die beschleunigung die beschleunigung die jetzt extrem nach vorne forciert wird und wir schalten immer noch weiter hoch wir sind ja jetzt nicht in einer situation wo wir sagen können wir haben das ende der fahnenstange erreicht sondern wir sind immer noch am anfang der beschleunigung das heißt wir lassen immer noch gummi auf der straße bevor wir überhaupt in die richtige hohe geschwindigkeit reinkommen also da ist schon eine warnung mit die hier drin steht die wir alle sehr ernst nehmen sollten ja vor allem wenn es bei welt online so veröffentlicht wird natürlich ist es glaube ich unter der bezahlschranke gewesen aber deswegen gehen wir das hier mit euch durch weil wir nämlich gerade solche artikel die irgendwie bei beway laufen genauer anschauen und man kann tatsächlich nicht behaupten wir haben von nichts gewusst wenn es eines tages dann schnapp macht sie schreibt weiter es würde aber in einem ungleich stärkeren maß als heute bedeuten dass freiheitsrechte de facto am geldbeutel hängen dies wäre offenkundig problematisch also dass die die sich das nicht leisten können nicht mehr auto fahren können oder nicht mehr fliegen können und jetzt zitiert sie hier annalena baerbock die 2009 formuliert hatte für mich ist das ordnungsrecht man kann es auch verboten nennen das zentrale element weil es sozial auch das gerechteste ist und so kann man sich die künftigen maßnahmen zur eindämmung des infektions oder auch des co2 geschehen also dem nachfolger leicht ausmalen sagt christina schröder sie sagt nur noch eine auslandsreise pro jahr für dienstreisen eine obligatorische und von der fluggesellschaft zu kontrollierende bescheinigung dass diese aus betriebsbedingten gründen unabdingbar notwendig sei eine pkw erlaubnis nur noch für gehbehinderte personen oder familien mit mehr als zwei kindern bauverbot für ein familienhäuser und eine erlaubte quadratmeterzahl pro person beim erwerb oder der anmietung von wohnraum kein fleisch mehr in menschen und kantinen ein jährliches persönliches co2 budget für jeden erwachsenen nach dessen verbrauch nur noch die fahrt zur arbeit zum lebensmitteleinkauf und zur versorgung pflegebedürftiger angehöriger gestattet ist ja und dieses szenario was hier beschreibt ist natürlich ein schritt wo es dann weitergeht gar kein auto mehr und dann wird auf null gefahren und wenn man dann seine co2 emissionen dann irgendwann gestattet bekommt die dann nur noch das atmen zulässt dann kann man sich vorstellen in welche richtung das geht das heißt es wird alles quasi auf null gefahren wie sich das mit dem thema freiheit auseinandersetzt wie das überhaupt vereinbar ist mit dem thema der der menschen würde die zum beispiel im artikel 1 des grundgesetzes drin steht und dazu gehört eben auch die freiheit das sucht man dann vergeblich in diesen worten das heißt freiheit demokratie republik alles in der kompletten abschaffung und vor allem eines die subsidiarität die verbrieft ist im grundgesetz dass jeder mensch für sich selbst entscheiden kann nun argumentiert man aber wenn jeder mensch für sich selbst entscheidet und damit mehr oder weniger andere menschen schädigt nämlich indem er auto fährt dann spielt das eine rolle dass wir sagen können dann wird es ihm eben verboten aber da ist natürlich die frage auf welcher grundlage das stattfindet und das findet auf der grundlage statt des ipcc zum beispiel dieses klimarates der eine klima erwärmung ins leben gerufen hat und gesagt das ist so ohne wissenschaftliche beweise sondern ausschließlich auf der basis von klimamodellen also nicht wissenschaftliche arbeitet sondern mehr oder weniger eingeschätzt mehr oder weniger so relativ wild prognostiziert bisschen willkürlich festgelegt nehmen wir an es wäre so dann käme das dabei raus und auf dieser grundlage die man uns als quasi gesetz verkauft kann man natürlich dann die einschränkung so vornehmen ja ich habe hier vorhin einen ausspruch von nelson mandela den ehemaligen südafrikanischen präsidenten eingestellt der ja viele jahre lang auch in gefangenschaft gewesen ist als die apartheid politik noch tobte dort und der hat aus eigenem leid eigene erfahrung heraus folgendes gesagt einem menschen seine menschen rechte verweigern bedeutet ihn in seiner menschlichkeit zu missachten und es geht ja andreas wir haben in den letzten tagen und wochen öfter gesprochen über die merkwürdigsten pläne die man an höchsten global zentralstellen schmiedet wie beispielsweise eben die künstliche intelligenz in die gesamte welt einfließen zu lassen den menschen in eine digitale identität zu bringen darauf kommen wir auch gleich noch wir haben hier diesen herrn professor harari zitiert der für den wef an der seite von klaus schwab die abenteuerlichsten und dystopischsten gedanken geäußert hat dass der mensch keine seele habe also mit anderen worten auch keinen eigenen willen alles was zur menschlichkeit gehört was nelson mandela also gesagt hat was verloren geht wenn man seine menschenrechte nicht gewahrt bekommt das ist offenbar auch das ziel man will wie dieser harari ja auch in seinem buch wie heißt das homos deus geschrieben hat also der göttliche mensch der aber rein auf materieller ebene agiert ja das ist für mich wirklich das dunkelste wie es nicht dunkler sein kann wenn jemand sagt der mensch hat keine seele was ja auch gar nicht so richtig ist denn der mensch ist ja die seele das ist auch noch ein ganz wichtiger aspekt und wenn man die menschen dabei eben halt zugrunde legt und sagt wir kennen das ich sage nicht ich habe ich bin ich bin ein körper sondern ich habe einen körper und das ist richtig formuliert kaum einer sagt ich bin ein körper sagt ja auch keiner ich bin ein auto oder ich bin ein haus bloß weil ich das haus bewohne oder im auto sitze sondern ich habe ein haus ich habe ein auto und ich habe einen körper weil er instinktiv ja spürt dass er eben vom fahrzeug getrennt gesehen werden muss und deshalb sagte auch ich habe einen körper weil er sich getrennt von seinem körper sieht den er bewohnt wenn er allerdings sagt ich habe eine seele ist das natürlich falsch denn die seele ist ja das eigene ich das eigene ich welches den körper mehr oder weniger bewohnt und der mensch entsteht nicht nur aus vater und mutter aus irgendwelchen erbschafts angelegenheiten materiell oder genetisch bedingt sondern die seele ist ein ganz separater bereich der ja diesen körper erst belebt der diesen körper erst zu einem individuum macht der ja überhaupt erst mal mit dem selbstbewusstsein einhergeht und sich dann in diese richtung zu entwickeln die uns eigentlich ausmacht und das haben eben die meisten menschen nicht verstanden und wenn dann ein herr harari also den menschen auf einen kohlenstoffhaufen reduziert und sagt wir bestimmen bestehen aus atom und wir sind ein kohlenstoffhaufen und der lebt dann irgendwie eigentlich dann ist das natürlich nicht nur falsch sondern äußerst stumpf um nicht zu sagen dumm wenn jemand solche naturgesetze die wir alle jeden tag erleben dürfen bei gedanken die wir haben entscheidungen die wir treffen gefühle emotionen die wir haben dass wir reduziert werden auf materie das ist wirklich unfassbar aber ich muss ganz ehrlich sagen auch als nur kohlenstoffhaufen würde ich dich sehr mögen ja das ist lieb von dir dankeschön also wir haben ja auch wir reden ja jetzt hier über eine dunkle seite die hier auf der welt derzeit ihr unwesen treibt so darf man das glaube ich durchaus ausdrücken wir wissen inzwischen aber dass sie nicht alleine um eine neue weltordnung ringen sondern dass da eine andere seite ist die immer deutlicher sich herauskristallisiert durch diesen ukraine krieg das ist russland und indien und china die nun auch behaupten eine neue weltordnung darzustellen und mit diesen zielen die hier formuliert werden wenig zu tun haben die haben nun wiederum ganz andere ziele kommen wir jetzt auch gleich drauf jetzt wollen wir erst die vorhin erwähnte world government summit veranstaltung ansehen die stattgefunden hat in abu dhabi in den vergangenen drei tagen und gateway pandit das ist ein unabhängiges englischsprachiges portal aus ich glaube aus den usa die berichten über eine frau dr pippa malmgren die da aufgetreten ist und die bahnbrechende nachrichten unter anderem vermeldet hat sie ist eine hochkarätige amerikanische wird wirtschaftswissenschaftlerin bei dem wort habe ich mich in der tagesschau schon oft versprochen sag mal wirtschaftswissenschaftlerin wirtschaftswissenschaftlerin ich wusste dass du das wieder auf das erste mal schaffst also ich damals ziemlich blond und es ist immer noch so also die frau pippa malmgren ist eine hochkarätige wirtschaftswissenschaftlerin die als sonderberaterin des ehemaligen präsidenten george w bush tätig war und die hat eine erklärung abgegeben die alles bestätigt was so kommen soll sie hat also folgendes wörtlich gesagt wir stehen am rande eines dramatischen wandels bei dem wir und ich sage das kühn dabei sind das traditionelle geld und buchhaltungssystem aufzugeben und ein neues einzuführen und das neue system die neue buchhaltung die nennen wir block chain es bedeutet digital es bedeutet dass wir eine fast perfekte aufzeichnung jeder einzelnen transaktion in der wirtschaft haben und was uns eine viel klarere durchblicks möglichkeit verschafft was vor sich geht und diese globalistin sie nennt sich zählt sich übrigens auch zur elite ihr vater war berater von richard nixon und sie selbst hat präsidenten und premierminister in aller welt beraten ihr lieblings thema wie upside of kowelt erläutert sie auf ihrer webseite so sie bringt einfachen verstand in die komplexen zusammenhänge der weltwirtschaft der geopolitik und der technologie und sie sagt dieses neue geld system wird nicht nur digital sein sondern auch zentralisiert und programmierbar man darf es nicht mit bitcoin oder anderen crypto währungen verwechseln das einzige was es mit anderen crypto währungen gemeinsam hat ist dass es auf der block chain technologie basieren wird andreas das heißt ja dass die zentralbanken damit die vollständige kontrolle über das geld haben könnten wenn es so kommt ja die block chain technologie hat die möglichkeit der anonymität oder eben halt auch der totalen kontrolle je nachdem wie sie eingesetzt wird das dürfen wir nicht vergessen das ist ja auch der grund warum so viele ernstzunehmende wissenschaftler keine zukunft der crypto währung die wir zurzeit haben aussagen kann weil das eben halt eine sehr kritische geschichte ist denn wenn also beispielsweise die menschen diesem system umgehen wollen dann werden sie irgendwann in die reine tauschwirtschaft zurückgehen dass die einzige möglichkeit die sie noch haben wenn ich von hand beispielsweise einen silberbarren jemanden gebe und bekomme dafür eine ware das ist nicht kontrollierbar alle anderen dinge laufen irgendwie immer über irgendwelche computersysteme das ist wichtig und sind damit natürlich auch kontrollierbar und er zu verbieten das ist das was wir haben man will also offenbar eine totale kontrolle haben aber das ist auch nicht wirklich neu denn unser jetziges system basiert ja auch schon auf der totalen kontrolle aber auf nationaler ebene usa hat alle rechte und alle anderen staaten haben absolut gar keine rechte was das geldsystem anbelangt und das wird jetzt einfach nur perfektioniert auf einer ebene dass man dann auch sagen kann was man kaufen kann und was nicht soll perfektioniert werden wir wissen ja noch nicht wie weit sie mit diesen plänen kommen werden der autor der diesen gateway pundit artikel geschrieben hat leo homan heißt der der fragt was ist das entscheidende wenn wir erst einmal digitales programmierbares geld haben dann wird es von unserer sozialen kreditwürdigkeit abhängen wo und wie wir unser geld ausgeben dürfen das ist ja auch das was frau schroeder vorher schon gesagt hatte und er sagt dieses geld wird mit der persönlichen digitalen identität eines jeden verknüpft sein und diese digitale identität ist die andere säule der neuen digitalen wirtschaft über die man uns noch nichts gesagt hat aber wenn man die dokumente des weltwirtschaftsforums gelesen hat dann weiß man dass das so geplant ist und auch kommen soll übrigens hat ja auch ursula von der leyen die in diesen ganzen summits und in diesen wefs und den organisationen der globalisten mit drin ist hat ja selber sich dazu geäußert für die eu und hat gesagt also diese digitale identität sollte für die menschen as soon as possible so schnell wie möglich kommen und ja es heißt tatsächlich dann dass das wohl dieser great reset auch sein wird von dem klaus schwab ja vernebelter weise in seinem kovid 19 buch gesprochen hat das heißt es folgt jetzt direkt auf den fuß eine neue agenda eine neue ideologie das ist der klimaschutz und was wir vorhin besprochen haben andreas über das was deutschland in sachen co2 vorhat das ist ja weltweit zwar auch angedacht aber überhaupt nicht in dieser bizarren nachdrücklichkeit naja hier muss man natürlich sehen spielen noch andere faktoren eine rolle denn wir sind in einer übergangsphase wo eine alte welt sich verabschieden soll und in eine neue überführt werden soll man muss sich das vorstellen dass dieses alte welt system wie ein großer turm feststeht und jeder weiß dass dieser turm fallen wird und man versucht dann mehr oder weniger immer wieder den menschen darzustellen dass man versucht den turm stehen zu lassen in wirklichkeit will den niemand retten niemand will den dollar retten niemand will den euro retten niemand will irgendetwas an der wirtschaft retten sondern man will diese diesen strukturturm quasi in seiner fallrichtung bestimmen das erfällt wissen alle die frage ist nur in welche richtung also wird jetzt das alte system so manipuliert dass die richtung genau in die richtung fällt also dieser turm dass da der anschluss das anschluss system dann entsprechend sofort übergreifen kann das ist ein prozess den wir jetzt gerade haben und da arbeiten alle an hochtouren dran und ja das ziel ist dann halt die völlige kontrolle abschaffung der nationalstaaten und so weiter andreas der ökonom norbert herring der immer wieder aufmerksam macht auf sich durch seine wirklich fundierten und analytischen berichterstattungen zum geldsystem vorwiegend der hat auf seiner webseite einen artikel gestern oder vorgestern veröffentlicht der die überschrift trägt mit dem WHO pandemievertrag in den autoritären transhumanismus und auch er geht jetzt ein auf dieses thema was geplant ist wir haben jetzt gesprochen über den wef oft genug lange genug auch heute wieder der diese globalisierungspläne mit aller kraft voranzutreiben versucht klaus schwab einer der großen verfechter des transhumanismus ein großer verfechter der künstlichen intelligenz viele think tanks viele wissenschaften werden auch vom wef mit unterstützt in dem zirkel der milliardäre und wir haben über das world government summit aus abu da wie gerade gesprochen was übrigens auch ein riesen zirkel ist von menschen aus aller welt sehr sehr einflussreicher art von politikern über stars über unternehmer beziehungsweise naja die milliardäre wie sie sind vielleicht noch ein hinweis für euch wenn ihr unter dem stichwort time 100 die 100 als zahl und vorher teilen wie die zeit wenn ihr das euch mal anseht im internet das ist ein ein zusammenschluss der diese ganzen pläne mit unterstützt und da seht ihr namen die ihr alle schon immer gehört habt und kennt von stars von elton john über stevie wonder über taylor swift aber eben auch über die großen global leaders die da alle in diesem konglomerat mit drin sind das würde zu weit führen da jetzt in die tiefe zu gehen weil wir viele themen heute haben ich komme zurück zu norbert herring der jetzt also über diese ganzen pläne schon gesprochen hat aber hier bezugnehmend auf den globalen pandemie vertrag der who und was für ein verein die who ist das haben wir inzwischen ja auch lernen dürfen das sind die steuerer auch in der gesamten pandemie gewesen die gesetze mit vorangetrieben haben sie können noch keine erlassen aber haben die regierungen der welt beraten in anführungsstrichen nachdrücklich beraten und wir haben letzte woche das schock moment gehabt als die who gesagt hat dass weltweit empfohlen wird dass abtreibungen bis zum geburtstag punkt erlaubt sein sollen und wurden auch noch von den vereinten nationen unterstützt da ist uns nur dieser eine satz eingefallen von jesus christus der gesagt hat an ihren taten sollt ihr sie erkennen kann sich eine organisation weltgesundheitsorganisation nennen die so etwas empfehlen und weltweit verbreiten wollen also ich merke wieder schon wieder bei mir was hochkommt aber ich komme jetzt zu hören herring zurück andreas dieser globale pandemie vertrag der hat ja das zeug für absoluten sprengstoff und du hast dir den näher angesehen ja also norbert herring ist ja nun wirklich einer der ganz großen vordenker unserer zeit und er beschreibt in einem artikel und wir können hier nur mal ganz grob in eine richtung reingehen wohin es sich bewegt was er meint und er bringt auch andere experten rein bernd schöpe zum beispiel es geht ja darum dass ein neues menschenbild mithelfen soll eine widerstandsfähige form der globalisierung zu schaffen in der die individuellen freiheit aus oder die freiheiten aus höherer notwendigkeit eingeschränkt oder aufgehoben werden können dieser transhumanismus der geht ja davon aus dass die menschliche natur mit ihren schwächen überwunden werden könne und müsse also das ist ein weltprogramm mit fantastisch klingenden lösungen das erinnert mich wieder an harari der nämlich sagt wir sind die götter und wir werden die menschen einfach um funktionieren das ist wirklich eine schwierige geschichte mit hilfe von computer nano und biotechnologie soll das stattfinden zum preis einer durchgehenden datafizierung und totalen kontrollierbarkeit der bevölkerung man kann es aber auch anders sehen um es mal einfach auszudrücken der transhumanist der transhumanist der dort steht wie harari und all diese leute die das jetzt forcieren der sieht die menschheit aus der gleichen perspektive aus der ein um gesundheit und gedeihen seiner rinder oder schafe besorgter farmer seine herde betrachtet das ist ungefähr der vergleich und so wie der farmer seiner herde nicht dient dient der transhumanist natürlich auch keinem volk ja dass er als souverän betrachtet so heißt es denn ja zusammengesetzt aus freien selbstverantwortlichen menschen das kann man sehr sehr deutlich daran erkennen und jetzt ist die frage da spielt die corona geschichte natürlich eine riesen rolle und die großen wie wef johns hopkins gates und so weiter die treten hier natürlich auf und johns hopkins sagte schon 2018 in einer broschüre wo es hingehen soll also technologien um katastrophalen und globalen biologischen risiken zu begegnen so heißt dieses ding und wir sehen hier natürlich dass man hier argumentiert dass im falle einer schwerwiegenden bedrohung der öffentlichen gesundheit das ist ja das was man immer vorschiebt man will die gesundheit der menschen und das ist eine falsche flagge aus meiner sicht das könnten also quasi dann als hilfe die selbst ausbreitungs impfstoffe sein die man verwenden könnte was ist das also hier gewährt also bewusst eine gezielte freisetzung eines schwach übertragbaren selbst ausbreitenden impfstoff zu beginn eines ausbruchs könnte damit eine herdenimmunität in den gebiets körperschaften dann geschaffen und verhindert werden also man setzt also quasi ganz bewusst eine eine art bakterium aus oder eine art virus aus das könnte zum beispiel ein herpes sein oder so etwas aber in diesem impfstoff wird dann noch in irgendeiner form ein bruchteil eines gefährlichen virus mit eingebaut so dass der körper wenn er diese normale meinetwegen diesen herpes virus meinetwegen verbreitet er auch gleichzeitig das bruchstück eines sehr gefährlichen virus mit verbreitet wo der körper dann angeblich dann antikörper aufbauen soll ist das jetzt ein denk szenario ein gedankenmodell von herring oder gibt es dazu tatsächlich schon irgendwelche pläne ja das sind ganz konkrete pläne das ist das wef das ist beispielsweise die WHO das ist johns hopkins das ist bildet melinda gates stiftung die reden sogar davon dass die dinge eigentlich schon längst einsatzfähig sind man könnte zum beispiel auch mückensysteme dafür nutzen die man in irgendeiner form genetisch manipuliert die dann menschen stechen und die damit viren übertragen an menschen die dann diese viren sollen dann so wird es offiziell genannt die sollen dann als eine art trigger wirken auf den körper dass der körper dann eigene antikörper dagegen bildet das ist das eigentliche ziel so wird es vorgestellt in wirklichkeit geht es darum dass man natürlich die menschen auch daran gewöhnt regelmäßig mit irgendwelchen maßnahmen dann drang saliert zu werden ja ich wollte was sagen denn das würde ja passen zu den nachrichten die wir hier auch immer wieder mal behandeln was diese firma oxitec angeht oxitec ist ja eine auch so eine bio pharma firma die unter anderem gehen manipulierte mücken produziert hat die in florida freigelassen wurden und weitere werden und zwar ein paar millionen das könnte ohne weiteres mit dazu gehören das können wir natürlich nicht genau sagen ob es so ist man kann aber auf jeden fall sagen dass oxitec mit großen summen von der biller melinda gates stiftung unterstützt wird das ist definitiv der fall also was wichtig ist dass eine eine reihe neuer technologien und methoden darauf abzielen die verbesserung der überwachung von infektionskrankheiten und des situation bewusstseins im allgemeinen abzielt mit besonderem augenmerk auf die früherkennung so werden die ob so werden die dinge offiziell offiziell dann dargestellt und diese methoden die oft als digitale krankheitserkennung oder digitale epidemiologie bezeichnet werden stützen sich dann auf neuartige quellen von überwachungsdaten und das ist die das ist ein sehr komplexes thema natürlich welches dahinter steht also wir können hier quasi neue genomische erkennungssysteme einrichten die luft wasser boden verkehrsknotenpunkte massenansammlung bauernhöfe und andere mikro umgebungen die für die übertragung von krankheitserregern relevant sind kontinuierlich überwachen es geht so weit dass man zum beispiel vorgeschlagen hat den inhalt von flugzeugtoiletten oder krankenhauswäschereien kommunale abwassersysteme oder luftaufbereitungsanlagen permanent zu untersuchen um das vorhanden sein von krankheitserregern mit hohem risikopotenzial festzustellen und möglicherweise eine vorwarnung vor einem bevorstehenden biologischen ereignis zu geben mit anderen worten ich sitze in einem flieger man stellt im klo irgendeinen virus fest oder irgendein teilchen dann kann es sein dass ich damit weggesperrt werde naja es macht doch auch was mit den menschen das ist ja ein weiteres druckmittel um innere freiheiten komplett zu zerstören weil wenn ich weiß dass alles was ich von mir gebe oder wo ich hingehe ständig überwacht und kontrolliert wird dann ist ja so etwas wie ein gefühl von freiheit oder unabhängigkeit überhaupt nicht mehr drin und wenn wir dann uns noch mal erinnern was christina schröder geschrieben hat die ehemalige familienministerin in diesem aufsatz für welt online wo sie eben sagt naja am ende ist es dann eventuell so dass man auch nicht mehr auto fahren darf dass man maximal vielleicht einmal im jahr fliegen darf das heißt mehr oder weniger führt das ja alles in immer ein und dieselbe richtung reduktion von freiheiten herstellung von unterwürfigkeit und von unsicherheiten ja und so wird man natürlich auch durchbekommen weil die menschen mehr in angst kommen das ist schon ein ziemliches szenario was wir hier gerade diskutieren dass man dann anlasslose tests so wie man es ja bei corona schon gewohnt ist einfach durchführt und mehr oder weniger die menschen in diese krankheitsthematik dermaßen reinbekommt und eine vollkasko mentalität jetzt auf der ebene aufbaut dass die menschen nicht mehr an ihr eigenes immunsystem glauben sondern nur noch daran dass das system sie retten kann so wer ist das system das bedeutet nämlich gleichzeitig dass wir im rahmen der künstlichen intelligenz auch ein völlig neues gesundheitssystem bekommen sollen bedeutet die menschen werden dann nicht mehr in krankenhäusern kommen das heißt die krankenhäuser werden abgebaut das gesundheitspersonal wird abgebaut die ärzte werden abgebaut und es entsteht ein ersatz auf der ebene dass die menschen dann zu hause in ihren räumen bleiben und dann entsprechend behandelt werden durch zum beispiel roboter ähnliche strukturen das ist das ziel denn man will möglichst die krankenhaus kosten das heißt die gesundheitskosten reduzieren denn die gesundheitskosten müssen ja vom staat finanziert werden und solange der staat eine finanzierungsart darstellt hat der staat natürlich auch noch relativ viel einfluss auf die gesamte ein weltregierung die ja im hintergrund am horizont da ganz hinter steht und man will also quasi den staat regelrecht eliminieren dass er mehr oder weniger irgendwann komplett abgeschafft wird und das bedeutet eine komplette privatisierung der gesamten welt in richtung einer ein weltregierung und wir wissen privare kommt von berauben das ist latein das heißt berauben und jetzt beraubt man quasi die menschen die menschen ihres eigentums ihrer freiheit ihrer seele das ist das ziel was dahinter steht und natürlich auch ihrer unversehrtheit der gesundheit und all dieser große plan der hier hinter steht der zeigt sich immer deutlicher am horizont ich kann euch nur empfehlen diesen artikel in ruhe durchzulesen aber ohne in panik zu geraten denn es wird so nicht kommen für diejenigen die sich dagegen stemmen werden davon bin ich überzeugt genauso wie es bei dem neuen geld system irgendwann immer wieder bestimmte gruppierungen gibt die sich da raushalten denn wenn ich beispielsweise für meinen nachbar arbeite und mein nachbar arbeitet für mich dann fließt gar kein geld wir können durch stundenausgleich zum beispiel unsere leistungen austauschen ohne dass überhaupt geld im einsatz ist diese neuen finanzsysteme werden natürlich nur für diejenigen sein die auf geld angewiesen sind aber nicht diejenigen die versuchen über alternativ modelle alternative ökonomien einzuführen und das wird auch in der gesundheitssituation so sein es wird randgruppen geben und die werden aus meiner sicht auch durchstehen während dieses große was ich hier gerade gesagt genannt habe was norbert herring und andere beschrieben haben dass dieses große ziel was sie haben krachen zusammenbrechen wird ich bin davon überzeugt es ist die die sogenannte bedrängnis die in der bibel beschrieben ist und das heißt mit anderen worten es ist die zeit des jüngsten gerichtes so wird sie ja auch im neuen testament beschrieben das heißt diese zeit der bedrängnis in die die menschheit hineingeführt wird und immer wieder heißt es fürchtet euch nicht bleibt im gott vertrauen und um der wenigen willen werden diese dunklen tage auch verkürzt werden das ist etwas was man niemals vergessen darf egal was jetzt kommt gott vertrauen rausgehen natur verbindung mit den wesenhaften gebete her hilf mir hier durch und gott vertrauen heißt natürlich nicht trägheit sitzen ganz verklärt nach oben gucken und sagen gott wird es richten sondern hilf dir selbst dann hilft dir gott trotz alledem geistesgegenwärtig also in der gegenwart geistig aktiv zu sein sehr wohl jedes detail auf der sachlichen und geistigen ebene wahrzunehmen und entsprechend gegen zu reagieren wichtig ist in dem schritt zu bleiben und weiter nach vorne zu schreiten ohne nach links und rechts sich abdriften und ins schlingern bringen zu lassen das ist entscheidend und wer diesen vorgang hat also es ist für mich ehrlich gesagt nahezu manchmal unfassbar was ich erleben darf in dieser zeit wenn ich mich mit der mit dem buch im lichte der wahrheit beschäftigt habe und auch mit der peripherie und diese zusammenhänge immer mehr versuche zu verstehen im rahmen meiner möglichkeiten die sind ja auch sehr begrenzt und dann merke ich wie genau das was dort geschrieben steht eins zu eins so entsteht und das muss ich ehrlich sagen schockt mich weniger als dass es mich in sichere fahrwasser bringt weil ich weiß das was dort gerade läuft ist beschrieben und ich weiß auch wie der ausgang geht und der ist gut aber nur für diejenigen die entsprechend vorbereitet sind so einfach ist das ganze und deshalb fühle ich mich eigentlich immer sicherer je mehr genau diese prognosen aufgegangen sind und das ist auch wichtig für die eigene kraft und ja es ist wir weisen ja auch im abend gebet immer wieder darauf hin wie wir selber in unsere eigene kraft kommen können was wir selber tun können wie wir ins gottvertrauen kommen wir berichten dann auch auch das werden wir nicht müde zu tun über die drei grünen bücher im lichte der wahrheit die kreisbotschaft von abdrushin wo die schöpfungsgesetze beschrieben werden wie wir menschen sie einhalten lernen sollen damit wir durch diese zeit hindurch kommen und wir werden ja immer wieder gefragt wie haltet ihr das durch wie könnt ihr so sicher sein wie könnt ihr so fröhlich bleiben bei all dem dunkel ja weil wir tatsächlich jeden tag und wenn es nur eine halbe seite ist gemeinsam in diesen büchern lesen immer wieder chronologisch weil sich immer wieder neue informationen für uns auftun auch wenn wir beide die bücher schon ein paar mal durchgelesen haben aber dadurch dass man immer sich weiterentwickeln darf dadurch und vielleicht sagen wir mal bildlich gesehen eine stufe weiter kommt ist natürlich der blick von dieser höheren stufe auf das geschehen wieder ein anderer und man bekommt neue perspektiven ja und es ist wirklich wichtig dass man weiß dass man manchmal sogar nur einen absatz oder einen satz lesen muss ich kenne immer wieder menschen die die bücher sich besorgt haben und sagen ich lese darin aber mehr als ein kapitel schaffe ich nicht an einem abend zog ich immer zusammen und sage das schaffe ich kaum auch muss ich ganz ehrlich sagen und ich habe die bücher schon mehrmals auch gelesen oder wir nein es geht nicht darum hier masse zu machen es geht nicht darum ein buch zu lesen sondern es geht darum das prinzip des lebens zu studieren und da sind mehrere faktoren ich muss einmal sachlich aufnehmen die worte die dort vor mir stehen in dem buch diesen satz den ich lese der manchmal sehr komplex ist und wenn ich ihn nicht verstanden habe dann sollte ich nicht drüber lesen sondern stoppen und so lange diesen satz durchdenken bis ich es immer mehr verstehe und verstehe bedeutet nicht nur verstandes mäßig sondern auch ein inneres durch glühen ich muss es spüren wenn ich weiß dass ich eben die seele bin und meinen körper bewohne dann geht es nicht darum dass ich diese information ausschließlich in meinem körper lasse nämlich im gehirn welches einfach nur ein werkzeug ist genau wie meine hand ein werkzeug ist oder meine beine damit ich laufen kann ist auch mein gehirn das werkzeug ich muss es auch mit der seele verinnerlichen können diese dinge sind ganz entscheidend auch beim durcharbeiten und man muss sich einfach zeit lassen und wenn es drei jahre dauert bis man die bücher durch hat dann dauert es halt drei jahre das ist nicht entscheidend es geht darum dass man einen mehrwert daraus empfindet und dann kommt diese stabilität die wir vielleicht auch bei den einen oder anderen ausstrahlen indem wir sagen wir bleiben fröhlich das ist entwicklung und entwicklung ist bewegung und wenn wir es schaffen geistig in die bewegung zu kommen werden wir übrigens auch wärmer übrigens auch innerlich wärmer das heißt mit diesen erkenntnissen kommen wir auch zu dem was man die liebe nennt und das ist nicht nur die liebe zum partner sondern es ist die nächsten liebe und es ist die liebe zur natur und es ist die liebe zur schöpfung ja und die innere wärme ist ein ganz wichtiger faktor was du gerade sagst wir wissen dass wärme sich ausdehnt und wenn die wärme sich ausdehnt in unserem innern dann bauen wir von innen nach außen einen gegendruck gegenüber diese wahnsinnig vielen informationen die auf uns einströmen und wenn wir innerlich kalt sind und kälte zieht sich zusammen dann werden wir regelrecht erdrückt wenn wir aber durch innere wärme den gegendruck erzeugen dann sind wir ausgeglichen und sagen nicht mehr eine innere leere die uns jetzt hier steuert sondern eine ausgeglichenheit ja und diese entwicklung ist jetzt wo dunkel gegen licht licht gegen dunkel kämpft enorm wichtig jeder einzelne von euch von uns ist jetzt wichtig dass er diese innere wärme für sich entwickeln kann um sie auch abzustrahlen wie diese kräfte sich ausbreiten darüber reden wir oft im abend gebet und ich möchte wenn du erlaubst andreas noch ganz kurz doch noch einen blick ins neue testament werfen und zwar es ist ja mein lieblingsapostel der paulus der an die thessaloniker geschrieben hat und zwar über die ereignisse vor dem kommen des herrn und das kommen des herrn das ist ja das jüngste gericht der welten richter der diese welten wende dann bringen soll wovon wir fest überzeugt sind und übrigens auch darüber könnt ihr in diesen drei bänden enorm viel erfahren und lernen und damit auch in die innere sicherheit kommen und paulus hat also folgendes damals geschrieben und zwar ist das thessaloniker 2 vers 2 wir bitten euch lasst euch nicht erschüttern und beunruhigen wenn die leute sagen der tag des herrn habe schon begonnen selbst wenn sie behaupten sie hätten eine vision oder sogar einen brief von uns empfangen glaubt ihnen nicht lasst euch durch ihre worte auf keinen fall täuschen du benäßt es denn und jetzt kommt er weil das ist vor 2000 jahren aufgeschrieben worden und natürlich gab es im laufe der menschheit immer wieder situationen wo man gedacht hat so das ist jetzt jetzt sind wir aber kurz davor denn es heißt hier weiter denn bevor es so weit ist wird es zu einem aufstand gegen gott kommen und der mensch der gesetzlosigkeit wird erscheinen der der verderben bringt und jetzt lasst mal diese letzte stunde revue passieren wer da jetzt auf die weltbühne getreten ist es ist der mensch der gesetzlosigkeit der also die natur gesetze nicht beachten will ausheben will der wie die rechte hand von klaus schwab der herr harari behauptet dass der mensch keine seele hat und dass der mensch auch keinen eigenen willen hat weiter heißt es der mensch der gesetzlosigkeit wird sich widersetzen und sich über alle götter erheben und jeden gegenstand der verehrung und anbetung zerstören er wird sich in den tempel gottes setzen und behaupten er selbst sei gott erinnert ihr euch nicht dass ich euch das schon gesagt habe als ich noch bei euch war sagt paulus ihr wisst auch was ihn zurückhält denn er kann erst erkannt werden wenn seine zeit gekommen ist und die zeit ist jetzt gekommen und weiter heißt es denn das geheimnis der gesetzlosigkeit ist schon wirksam und es wird verborgen bleiben bis der der es jetzt noch aufhält weggenommen ist auch das ist ganz einfach diese pläne die sich jetzt zeigen die sind ja schon seit langer langer zeit in vorbereitung da wird dran gearbeitet was wir hier so erleben auch durch gender mainstreaming und viele sachen mehr ganzen politischen veränderungen die die menschheit verändern sollen und es heißt dann dann wird der gesetzlose erkennbar werden und der herr wird ihn mit dem hauch seines mundes töten und durch sein erscheinen vernichten wenn er wiederkommt ja und wenn man dann den herrn professor harari sieht wie er quasi eine art der euthanasie als großes ziel der menschheit formuliert und sagt wir werden uns zu göttern machen wir werden die großen führer sein und die nutzlose masse an menschen wird durch uns gesteuert über chips über sonst was seele gibt es ja nicht dann ist das natürlich ein solcher dunkler vorgang und wenn wir wissen dass dieser dr harari auch noch die rechte hand von klaus schwab im world economic forum ist und hier quasi eine art rassismus von unter menschen stattfindet die man produzieren will und sich zum übermenschen hinaus katapultiert dann sehen wir hier regelrecht eins zu eins die durchsetzung die realisierung wie die bibel sie beschreibt aber das entscheidende ist eben halt der letzte part dass gott ihnen keine chance geben wird bis zum schluss und deshalb ist es wichtig dass wir bis zum schluss auch alle durchhalten die die wir durchhalten wollen und uns nicht reinziehen lassen und uns nicht runterziehen lassen nicht einnorden lassen nicht aufgeben das ist das gottvertrauen von dem wir sprechen ja und viele wundern sich ja jetzt dass so viele menschen gar nicht merken was vor sich geht auch das wird hier noch beschrieben in einem kurzen absatz den ich euch auch noch vorlese und dann geht es weiter mit den aktuellen meldungen der böse wird kommen heißt es weiter bei thessalonika um mit mächtigen taten und verlogenen zeichen und wundern das werk des satans zu tun mit üblen täuschungen wird er die menschen verführen die ihrem verderben entgegen gehen weil sie nicht an die wahrheit glauben wollen die sie retten könnte deshalb wird gott eine große blindheit über sie kommen lassen und sie werden all die lügen glauben und und damit werden alle gerichtet die der wahrheit nicht geglaubt und an ihrer eigenen ungerechtigkeit gefallen gefunden haben ja und da sehe ich natürlich so mein eigenes umfeld was man so kennt von früher mit dem man ab und zu mal in kontakt waren das waren mal die freunde die man hatte so in deutschland mit denen man heute nur noch guten tag und guten weg telefoniert und keinen kontakt mehr hat weil ich es einfach nicht ertragen will wie diese menschen mehr oder weniger all diese lügen glauben und einfach hinterher trotten und so kennt jeder von uns gerade hier aus unserem kanal diese innere vielleicht im ersten augenblick empfundene einsamkeit die aber gar keine einsamkeit ist denn es ist ja auch eine schönes ein schönes gefühl übrigens für uns auch großartig wenn wir im rahmen hier unserer abonnenten hier unseren podcast machen und wir spüren und wir hören das und sehen das anhand dieses vielen feedbacks was wir bekommen auch wenn wir es nicht beantworten können in den meisten fällen wie gut diese energie ist die wir uns gegenseitig verbreiten von denen wir alle partizipieren wir und nicht nur wir und ihr sondern wir alle wie wir eben halt da sind ja und nicht nur wir und ihr sondern darüber hinaus das gute wollen und auch hoffnung und gott vertrauen bilden ja auch unsichtbare formen die einwirken auf diese untergehende welt die aber gesunden und heilen kann wenn das licht sich bahn gebrochen hat und neulich im abend gebet haben wir darüber gesprochen dass jeder einzelne von uns hier unten auf der erde auch wichtig ist als licht verankerungs punkt denn wenn das licht die geistige welt von oben wirken will und muss und wird dann braucht sie verankerungs punkte der grobstofflichen art hier auf der erde denn dass das licht nicht grobstofflich ist und deswegen sich nicht vermengen kann mit uns ist auch klar das heißt das ist ein physikalischer prozess das kannst du besser erklären vielleicht noch mal in einem satz dass diese dass diese stoffarten eben andocken müssen und dass deswegen hier diese lichtpunkte ihr in eurem glauben in eurem gott vertrauen vorhanden sein müssen sozusagen eine fläche bieten können wo sich das verankern kann ich verschone dich jetzt mit diesen aussagen andreas weil wir noch andere dinge haben wir kommen jetzt ganz irdisch zurück zum bösen ivan der ist ja heute ist ein aprilscherz in den russischen medien herumgegeistert putin tritt zurück und tritt von der macht zurück und dann hat man ein bild aufgemacht und da hat er gelacht und das war dann aprilscherz aber es gibt eine meldung aus den russischen nachrichten die hat inzwischen auch ihren weg in die westlichen medien gefunden und da heißt es dass der kreml eine rücknahme der entscheidungen gas für rubel zu verkaufen nicht ausschließt da heißt es das berichtet die russische nachrichtenagentur tass die entscheidung des russischen präsidenten putin gasverträge mit unfreundlichen ländern auf den rubel als zahlungsmittel umzustellen kann rückgängig gemacht werden das hat der pressesprecher peskow nicht ausgeschlossen und ihm zufolge sind verschiedene optionen für die zukunft denkbar aber im moment scheint die zahlung in rubel das verlässlichste zahlungsmittel zu sein und der kreml sprecher sagte auch dass die umstellung auf rubel nicht bedeutet dass die lieferungen im falle von zahlungsausfällen sofort unterbrochen würden die überweisung erfolgt innerhalb eines monats in dem die käufer den prozess abschließen können ja andreas es gibt ja jetzt viele szenarien die diskutiert werden russische zentralbank wer wechselt wann wo wie du hast dir das szenario auch mal ein bisschen genauer angesehen ja gut das mache ich schon seit 30 jahren also ist es so man muss wirklich versuchen zu verstehen wie zentralbanken eigentlich arbeiten und zwar nicht alle sondern alle außer der federal reserve die ja auch als zentralbank gilt diese zentralbank federal reserve ist ja eine private bank und man muss wissen dass kein staat selbst geld drucken darf das heißt alle staaten auf der welt müssen sich immer irgendwie das geld leihen und wenn usa beispielsweise geld braucht weil sie irgendwelche rechnungen zahlen müssen oder ein haushaltsdefizit haben dann gehen sie zur federal reserve und sagen wir brauchen eine billion dollar und was passiert bei der federal reserve sie drucken die eine billion dollar nicht wirklich sondern die wird in form von bits und bytes auf einem plasma bildschirm quasi rüber geschoben und dann ist die billion dollar einfach da und zwar aus dem nichts erschaffen wobei die vereinigten staaten von amerika der staat also natürlich dann der federal reserve diese gelder schuldet das heißt immer mehr in die verschuldung geht und um dann die zinsen für die verschuldung zu bezahlen muss der staat usa dann wieder neue schulden aufnehmen um dann die zinsen zu bezahlen und auch gleichzeitig die summe zurück zu zahlen mit anderen worten das ist eine never ending story das ist also quasi ein kraken der die staaten regelrecht erwürgt und zerstört weil sie irgendwann unter ihrer schuldenlast zusammenbrechen so ist das in usa die russische zentralbank die ist ja in ihren statuten in ihren rechtsgrundlagen vor allem nach gorbatschow in einer neuen situation man muss wissen dass gorbatschow letztlich aus unkenntnis oder was auch immer russland durch die zentralbank statuten mehr oder weniger verraten hat die europa die zentralbank der russischen der russischen föderation unterliegt nicht putin sondern ist ein autonomes gerät ein autonomes instrument mit bestimmten rechtlichen vorgaben und man muss sich fragen wie diese vorgaben dort reinkommen was heißt das die russische staatsbank darf zum beispiel keine rubel drucken sondern sie hat eine ein gesetz in sich selbst was sagt sie dürfen nur so viel rubel drucken oder produzieren wie sie an auslands devisen einnehmen bedeutet russland hat gas und öl sie geben russland sie geben beispielsweise das gas und öl raus nehmen wir an in usa usa kauft nur nicht viel öl oder gas aber um es mal vereinfacht darzustellen das heißt das russische öl wird geliefert an usa und womit zahlt usa mit dollar wo kommen die dollar her einfach von der federal reserve indem man sagt druck mal eine billion dollar und die schicken wir mal eben rüber das heißt diese bits und bytes diese nullen auf dem auf dem bildschirm die werden jetzt nach russland geschickt und diese größenordnung dieser dieser bits und bytes dieser dollarsumme die dort rüber kommt die aus dem nichts erschaffen wurde die landet nun bei gasprom also an der börse die russische zentralbank wiederum nimmt jetzt diese dollarnoten raus und tauscht sie gegen rubel um und das ist der schöpfungsprozess der russischen zentralbank der nämlich eigentlich durch die amerikanische zentralbank mit gesteuert wird das den meisten gar nicht klar dass auch die russische zentralbank dem federal reserve finanzsystem und dem sogenannten breton woods abkommen von 1945 komplett unterlegen ist das heißt sie können nicht selbst agieren russland kann also nur so viel rubel drucken oder produzieren wie sie an ausländischem geld reinbekommen und alle die dieses spiel mit nicht mitmachen nehmen wir mal an libyen oder nehmen wir mal an den irak die werden zum feind erklärt und werden automatisch von usa zerstört das ist das spiel was dahinter steht das wird natürlich zu weit führen wenn ich das jetzt ganz weit reingehen würde ich habe einen film euch herausgesucht den ich hier unter diesen podcast kurz danach irgendwann mit einstellen möchte dass du das machst und da kann man mal in einem 15 oder 16 minuten langen vortrag von einem russischen professor die funktionsweise der zentralbanken außerhalb der usa mal versuchen zu verstehen das ist ein ganz wichtiger prozess und dann wird auch plötzlich klar warum man sagt an dieser stelle das wirkt so wie ein eiertanz von russischer seite wir würden auch verzichten auf rubel zahlungen aber dann wird es folgendermaßen laufen die amerikaner würden in dollar zahlen das würde aber dann bevor bezahlt wird in rubel bei der zentralbank umgeschaltet um dann von diesen rubeln dann erst das öl und das gas zu kaufen es wird also sehr wohl in rubel dann bezahlt auch wenn der erste fluss bis zur zentralbank erst einmal auf us dollar basis beruht ich vermute dass es nicht jeder verstehen kann weil das ist ein sehr komplexes thema mit der geldmengen politik und auch der geldschöpfungstheorien wie die laufen aber in diesem film kann man vieles dabei nachvollziehen und ich denke das sollte erst mal reichen also es ist so dass putin hier keineswegs zurück rudert sondern man da dabei ist eigentlich ein neues system zu installieren in russland ich vermute das ziel putins wird sein auch ein wenig mehr kontrolle über die russische zentralbank zu bekommen das heißt die amerikanische kontrolle über die russische zentralbank zu eliminieren das dürfte das große ziel sein und das wäre natürlich wieder genau so ein punkt wie gadafi oder eben halt auch saddam hussein der beispielsweise auch die damals gesagt haben wir werden uns von diesem system trennen und werden damit natürlich als die ganz großen furchtbarsten wesen der weltgeschichte dann dargestellt werden von usa die großen widersacher gegen die globalisten denn es ist jetzt das was wir erleben ist jetzt der kampf um die weltordnung wer wird das gewinnen wahrscheinlich beide seiten nicht sondern eine ganz andere seite über die wir vorher gesprochen haben aber andreas die mainstream medien berichten jetzt hoch und runter das also eine große verwirrung stattfindet in berlin in brüssel in anderen hauptstädten denn man fragt sich muss jetzt deutschland muss jetzt europa russische gas lieferungen in rubel anstelle von euro oder dollar bezahlen und wird putin die lieferung einstellen wenn die europäer entsprechende forderung weiter ablehnen und kurzerhand hat gestern der italienische ministerpräsident mario draghi den telefonhörer in die hand genommen und anschließend auch bundeskanzler olev scholz beide haben mit putin telefoniert heißt es in den vereinzelten meldungen im mainstream und dann heißt es aber die mitteilungen die auf die telefonate folgten schufen eher noch mehr verwirrung als dass sie zur klärung beigetragen haben so hat zum beispiel der sprecher der bundesregierung steffen hebestreit mitgeteilt putin habe zwar gesagt dass die gas lieferungen ab dem ersten april in rubel zu begleichen seien jedoch zugleich betont dass sich für die europäischen vertragspartner nichts ändern werde ja was denn nun nein das ist schon sehr richtig was 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 putin auch sagt und ich bin auch sicher dass herr draghi das ganz genau versteht denn er ist natürlich ein zentralbanker und kennt die struktur bei olaf scholz da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine bedenken dass das sogar verstehen würde selbst wenn man es ihnen erklärt aber es ist trotz alledem so dass wir hier eine situation haben dass die zahlungen des öls oder des gases durchaus in dollar oder in euro stattfinden aber nicht mehr direkt an gasprom sondern an die russische zentralbank die zentralbank ist dann in rubel umkehrt und dann letztendlich mit rubel bei gasprom das öl und gas kauft das ist der eigentliche interne prozess der dahinter steht und vorher war es genau umgekehrt die dollar und die dollar und euros gingen an gasprom waren damit an der russischen börse und wurden dann von der russischen zentralbank rausgenommen und umgetauscht in rubel das heißt wir schieben jetzt einen vorgang in eine andere richtung und vertauschen zwei positionen und dass die europäer das nicht verstehen was dahinter steht das kann ich mir gut vorstellen aber wie gesagt draghi hat das sehr wohl drauf das überhaupt kein widerspruch sondern hier wird beschrieben wie die zukünftige rubelzahlung stattfindet aber wenn jetzt ganz pauschal in dieser ganzen verwirrung deutschland weiter sagt also wir bezahlen das gas nicht in rubel was ist die konsequenz naja sie werden sie können ja weiter in euro zahlen sie zahlen aber eben halt trotz alledem in rubel nochmal weil diese euro zahlung in russland in rubel umgewandelt wird bevor das gas bezahlt wird nämlich über die russische zentralbank hier wird also die zentralbank in eine andere position gerückt es ist wirklich nicht ganz einfach zu verstehen also ich denke mal es ist auf jeden fall gesagt worden und das ist natürlich auch eine kampfansage eine große kampfansage an das federal reserve system und an die privatisierte einweltpolitik ja und es scheint ja auch zu wirken diese kampfansage wir haben am mittwoch drüber gesprochen superminister habeck hat ja aus sorge vor einem lieferstopp der russischen energie die erste stufe des energienotfallplans gas ausgerufen und da sind ja szenarien verbunden abschaltung von industriezweigen und so weiter stilllegung ganzer großer werke aber nach informationen des handelsblatts aus regierungskreisen geht es jetzt noch eine stufe weiter nämlich die sogenannten spitzenbeamten des superministers habeck arbeiten an deutlich weitergehenden schritten so wird intern eine enteignung und verstaatlichung der deutschen töchter der russischen energiekonzerne gazprom und rosneft durchgespielt hintergrund solcher überlegungen also scholz salda soll eingebunden sein in diese pläne seien sorgen um die versorgungssicherheit in deutschland das wurde von mehreren regierungsvertretern gegenüber dem handelsblatt bestätigt die bundesregierung wolle im fall einer schieflage dieser für deutschland systemrelevanten unternehmen eine massive beeinträchtigung der energieversorgung verhindern nun heißt diese gasprom tochter germania die betreibt große gas speicher und rosneft deutschland wiederum ist als raffinerie betreiber ein schlüsselspieler für den benzin diesel und kerosin markt und auf dem deutschen energiemarkt heißt es sind beide firmen derzeit nicht zu ersetzen andreas was würde das bedeuten ja erst einmal wirklich wenig von der rein materiellen ebene wir haben eine situation dass uns wieder mal die globalisierung auf die füße fällt das heißt die firma gasprom hat kritische infrastruktur unternehmen als töchter in deutschland installiert und damit ist gasprom natürlich auch der hauptaktionär sonst wäre es ja keine tochter und wenn jetzt aber gasprom zerstört werden soll durch sanktionen der westlichen politik dann zerstört man die töchter natürlich mit und somit auch die infrastruktur in deutschland wie zum beispiel in greifswald und wo sie alle sind da gibt es ja bestimmte gebiete an der an der oder wo die großen tanks sind wo das gas gelagert wird oder die verteilungssysteme die letztendlich mit deutschen unternehmen geführt werden aber die eigentümer die aktionäre in russland sitzen und jetzt wird man folgendes machen man wird von der deutschen seite sagen wir bieten den aktionären jetzt an dass sie eine entsprechende ein geld bekommt also das heißt also dass sie dass sie entschädigt werden dafür und dann würde dann das unternehmen quasi in den deutschen besitz übergehen ja und jetzt kommt gerade eine meldung vom spiegel herein andreas es kommt anders sogar noch anders das heißt also gasprom verstößt die deutsche tochter also es heißt hier der russische gas riese gasprom gibt wohl seine deutsche tochter gasprom germania auf der konzern teilte mit sich von dem unternehmen und dessen beteiligungen zu trennen die konsequenzen für deutschland sind unklar ja genau das war aber genau das was ich jetzt gerade gesagt habe das ist gar keine ganz wichtige nachricht sondern das ist die reaktion die jetzt gekommen ist entweder man gibt den aktionären von gasprom dem gehört ja nun letztendlich die deutschen unternehmen die töchter dass die dann eine entschädigung bekommen von der bundesrepublik deutschland und dann gehen diese gesellschaften in das deutsch in deutschen staatsbesitz über also ein weiterer weg in den sozialismus staatskonzerne entwickeln sich immer mehr und gasprom bekommt dafür eine entschädigung und damit ist die zweite variante eben halt schon weggefallen dass man sagt man enteignet sie falls gasprom eben halt nicht diese gesellschaften aufgibt und das ist genau der punkt der jetzt hier entstanden ist und das bedeutet unterm strich gesehen ist es offenbar russland jetzt auch egal ich habe das gefühl die sind dabei sich komplett neu aufzustellen denn wenn das neue zentralbank system russlands sich verändern wird und ich habe das gefühl dass das stattfinden wird und dadurch dass auch china sich von dem von dieser us dollar hegemonie verabschieden wird indien sowieso langsam sagt wir haben die schnauze voll um es mal einfach zu sagen und auch die arabischen staaten sagen wir werden in zukunft unser öl auf johann kaufen dann wissen wir natürlich ungefähr was die zeit geschlagen hat der dollar befindet sich dann irgendwann in dem totalen absturz in einer sehr absehbaren zeit und damit alle anderen währungen dieser welt auch die dollar abhängig sind russland geht gerade in die abhängigkeit china und arabien und iran offenbar auch alle anderen die in die unabhängigkeit und die gehen in die unabhängigkeit vom dollar die bereiten das alle jetzt vor und usa kann mehr oder weniger als zaungast das ganze nur noch beobachten wie die gesamte große weltwirtschaft sich verändern wird die briggs staaten spielen wieder eine große rolle und könnten eine renaissance erleben also es ist schon gewaltig und europa da wird natürlich zum schluss das licht dann ausgehen die kriegen offenbar gar nichts mit was da läuft ich weiß nicht ob es zum schluss sein wird dass das licht da ausgeht im moment sieht es eher andersrum aus ja dafür bin ich an deiner seite du verstehst einfach mehr von der ökonomie als ich so ist es nämlich genau jetzt habt ihr es auch mal gehört ihr lieben das war es für heute andreas macht die technik klar dass hier auch ein outro nennt man das ein outro abgespielt wird ihr seht wir sind trotz dieses wahnsinns einfach weiterhin in unserer kraft und fröhlich und das gleiche schicken wir zu euch rüber bleibt im gott vertrauen wir kommen dadurch ja die zeiten sind anstrengend aber wir werden es gemeinsam schaffen und wir freuen uns darauf alles liebe hier aus kanada jetzt pfeift andreas so jetzt in mir Untertitelung. BR 2018 Der Kaffee ist fertig.